Einer hält sie per Nahkampf auf, der Rest schießt drauf und der Einer darf sogar die Gettlinge verwenden dafür. Das muss Munition. Wo Mun? Hier oben, bei mir! Oh, hier ist noch ein Katana. Ich hab die Kallaschen in den Kopf. Oder, Honey, willst du diese schöne Gettlinge hier haben? Oh, Honey, willst du diese schöne Gettlinge haben? Na, das ist immer noch eine AK. Da liegt sie noch! Und hier ist ne Axt. Ich hab ne AK. Alter! Ich hab dir nur geholfen, das Ding zu explodieren zu bringen. Du hast die ganze Zeit draufgehauen. God bless, we're useless. Find mir die Punktstruktur an. Wenn ich nur zielen muss. Danke. Wer ist die Verhalten? Soll ich den Funke annehmen? Ja. Halt bitte den Rücken frei, so gut es geht. Danke, du hast was gut. Ich glaub, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass ich mysteriöserweise wieder am Leben bin. Hä? Warum mysteriöserweise? Weil ich mich beim letzten Mal geopfert habe. Bei der Sacrifice. Wow, sieht dich die eine Arsch! Eigentlich bin ich tot. Magie? Äh, well, let's go with magic. Lade nach! Soll ich? The Magic of Friendship. Ah. Chris, soll ich? Was? Loslegen? Yo. Wo bist du denn? Unten! ETA in 15 Minuten. Okay. 15 Sekunden. Ja. ETA in 15 Minuten. Sagen wir's noch mal weg. Ich sag doch, hoffts dann. Charter! I'm masturbator! Sorry. Sorry, honey, du sagst auch wie Zombie. Nö, sehr witzig. Kennt ihr noch den eckstreitigsten Schiffsfilm, Masturbator und Commander? Ja, den kenn ich schon. Wow, ein wahrer Königstreifen. Hey Leute. Ja, was? Hier hinten leckerne Augen. Bringst mir deine Augen. Ich deck dir gerade den Rücken, Saba. Ich auch. Deswegen, glaube ich, auch immer hin und her hier. Bitte. What the fuck? Boomer. Jockey! Ihr wisst uns doch nicht, wo der Herder kommt, aber egal. Der ist hier unten. Warum ist hier ne Tür offen? Und das war bei uns. Du willst ja eigentlich, ich muss nur fragen, warum ich gerne mit dem in den Bar-IT-Rutsch bist. Ich hab dich aufhört an, blablabla. Bitte? Äh, Hunter? Wo ist der Hunter hin? Ach, da ist der Hunter. Wo ist der Tank? Tank, irgendwo. Was ist der Tank? Hilfe! Tankmusik läuft. Help! Danke sehr. Hier ist der Tank, Leute. Wenn wie... Tankmusik läuft. Ach, ich höre keine Tankmusik. Da ist der Tank. Und jetzt ist er on fire. Hier ist ein Fire. Set der Tank on fire. Here. Ose, er ist wenig. Wo ist der da? Der ist tot. Der ist tot. Ehhh? Wahnsinn. Seriously? Nope, 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 nope. Wow! Sorry. Sorry, Sorry. Junge animations! Hilfe! Im Toten Winkel Wow, took you long enough Aua Sorry Woah Ja, genau die Masturbator Arm Da hab ich auch schon ein Baton Lewis, Verbandszeug nehmen bitte Stopp, ich verarzt mich Wie saß eigentlich unter die Lü- Äh, Hashtag YOLO drin bei dir Im Namen, Hanni Weil ich genau danach lebe YOLO Splitter Wait for it Splitter? Darf ich vorstellen? Karton Darf ich vorstellen? Granatwerfer Achtung, äh, Smoker Super So episch Splitter kommt hoch, Baton Zwei Granatwerfer rum Baton? Kann ich vorstellen? Baton Das ist genug Facken Boomer irgendwo Ja, bei mir Hab ihn Ey, explodierende Boomer Boomer Explodierende Boomer sind die Schönste Boomer Ey, ich find ihn Ey, ich find ihn diesen Namen so geil Hier ist irgendwo ein Hunter Ich hab ihn grad kreischen hören Ganz ehrlich, ich frag mich wie die auf die Namen kommen sind Wow Tank Bereit machen für Tank Bereit machen für Tank Links Links oder hinten Kommt er wahrscheinlich Ich verarzt du mich? Da kommt er, da kommt er, da kommt er What the fuck? Ich sag dir links Was? Von, da hab ich hingewirfen What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ay, misferloser Ähm What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ist er am Griff? Nein, da ist irgendwo eine Leiter Irgendwo ist ein Leiter sein Hep Los, hin Schnell, 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 schnell Schnell Greggy, Greggy, Greggy Hop, 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 hop Hep, Greggy, meine Güte Immer mit der Ruhe Alter, ein Zombie auf mich drauf Auf mir drauf Hilfe So, wenn sie hier zu uns wollen Müssen sie durchs Feuer gehen Ey, Tank Schön, dich hier zu sehen Hey News 5 Äh, wo ist der Zombie hin? Der ist heimgegangen Der steht da unten Ah Aber er ist aber wo ist der Tank geschmissen da, Chris Ey, da ist noch ein Tank Ja Der Masturbiet grad müssen Darauf geben wir wieder nach zu urteilen Überleben Yay Wir konnten fliehen Und es gibt kein Achievement dafür Ich glaub für die ersten Natürlich nicht Es gehört ja nicht zum Spiel dazu Die Kampagne vom ersten Teil Abbruch Doch wegen Abbruch Abbruch? Abbruch In dieser Kampagne Ein Achievement Verbrauchte Rohrbomb, Honey Nahkampfgill 299 Haha Haha, kein 200 Keils 200, haha Uah, gekillt Ich hab 2 davon im Nahkampf gekillt Ich bin stolz drauf 368 Zombies gekillt Yes Am wenigsten Schaden erlitten Hm Na gut, ich war mit der Mikate Eben Hat die meisten Verbündeten wiederbelebt? Ich nicht Haha, nein du nicht Kopfschlüssel Prozentsatz aller Treffer 10% Ich 14% Zoe Okay, Zoe hat ein Aim-Bot Eben Zoe zählt nicht Zoe zählt so gar nicht Das zu den Gedenken an den 1000 Irgendetwas Zombies die gestorben sind Die sind nicht gestorben Die haben sich schlafen gelegt Die sind müde Jo Okay, das ist wahrscheinlich eine Minute her Also als nächstes geht's zum Crashkurs Also Crashkurs Ich glaub der war relativ kurz Und wie viel hat der? 2 Finale im Truck Depot Hm, der ist wirklich kurz Todeszone hat 5 Flug zur Hölle hat 5 Oh Gott Brutus hat 5 Und kalter Strom hat 4 Ähm, das ist schon wieder die zweite Das ist schon wieder Left 4 Dead 2 Ne Doch Äh, äh Chris Stromflut war Left 4 Dead 2 Warum sind wir dann Alice, Nick und Coach? Eben Was? What the fuck? Hä? 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 Ja, äh, nur zur Info Dieser, äh, dieser riesige Hängebrücke von der Kampagne da eben Ich wette Lass es mal Wetten wir, dass da irgendwo ein riesen Tank auf der einen Seite laufen wird? Panther, ich begrüße Sie Hahahaha Oh Gott, das war der Albtraum Wuuu Ich der Feuchttraum beseitigen Muschi Ja, wie war Ihr Name? Muschi Muschi Ja So, das habe ich auch hier bei mir Ich habe auch eine feuchte Stelle Ja, wo? Im Kacklenklo Ja, nämlich auch eine Muschi Und wissen Sie, was Sie haben? Eine feuchte Stelle im Kopf So, an der Stelle beende ich den Part für heute Das war's wieder mit Left 4 Dead, das Let's Play Habt ihr noch irgendetwas anzumerken? Das Schneiden wird eine Freude sein, was ich hier einbauen kann, alles Jo, nicht wahr, Manni? Äh Genau So, bis zum nächsten Mal, tschau-sinn Ciao! Tschüssi